Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja, Hallöchen, der Arne, Hallo, nicht der Matthias und ich nicht. Ja, Matthias nimmt sich heute eine kleine Auszeit. Ich glaube, der arbeitet jetzt wieder zu viel, kann das sein? Der hat ja sonst nichts zu tun. Kleiner Newsbreak, ich habe mein Similo-Märchen wiedergefunden nach einer Woche. In der letzten Sendung habe ich es noch gesucht, jetzt ist es wieder da. Die Zuhörerschaft ist beruhigt. Ja, endlich, ne? Das Spiel ist wieder auf. Das Spiel ist wieder auf. Ja. Egal. Ja, unser heutiges Thema dreht sich mal um nicht direkt um Brettspiele. Situationsbedingt poppen nach und nach immer mehr Online-Escape-Rooms auf. Und ich glaube, die Sonja hatte, du hattest schon mal davon erzählt, dass du was gemacht hattest, ne? Genau, ich glaube, zu Beginn der letzten Folge. War es letzte Folge oder war es vor zwei Wochen? Ne, vor zwei Wochen war das, ne? Wo wir drüber gesprochen haben. Ja. Auf jeden Fall hast du schon mal was davon erzählt und wenn jetzt mal nach Googles, da sind ja auch immer mehr. Da wir aber dann gar keine richtige Ahnung davon haben, haben wir uns heute wieder einen Gast eingeladen, und zwar die Sabrina. Hallo Sabrina. Hallo. Schön bei euch zu sein. Stell dich bitte mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und warum wir dich als Expertin heute eingeladen haben. Ja, also ich bin die Sabrina Genschow. Ich bin 28 und bin derzeit die Leiterin von Mission Room Escape im Lasersport Center in Göttingen sowie stellvertretende Standortleiterin dort und habe dort die lokalen Escape-Rooms, momentan sind es zwei an der Anzahl, mit aufgebaut und eröffnet. Ja, und das ist mein Job. Und bin selber auch eben in der Spielleitung tätig, so viel ich kann. Als Leiterin habe ich natürlich auch noch ein paar andere Verpflichtungen, aber so oft ich kann und sich die Zeit erübrigt, stehe ich auch eben selbst viel im Escape-Room und leite meine Gruppen an und durch unsere Räume durch. Ja, ob mich das zur Expertin auf dem Gebiet macht, weiß ich nicht genau. Ich hoffe, dass ich mit meiner Expertise ein bisschen was beitragen kann. Privatspiele ich eben auch sehr gerne, von Brettspielen über Rollenspiele, über Escape-Rooms eben auch viele, ob vor Ort, online oder als Brettspielvariante für zu Hause. Und ja, das ist so mein Einblick in das Thema Escape-Rooms. Sehr schön. Also ich würde mal sagen, das macht dich auf jeden Fall zur Expertin. Bevor wir jetzt wirklich dann da mal auf das Thema eingehen, was spielst du denn sonst noch so an Brettspielen? Was ist da so das, was regelmäßig bei dir auf den Tisch kommt? An Brettspielen? Ja, also ich bin selber tatsächlich viel auch PC- und Konsolenkind und spiele tatsächlich auch viele klassische Gamer-Titel sozusagen. Aber auch viele Brettspiele, ob mit meinem Freund oder meiner WG zu Hause. Da hat man natürlich auch in Zeiten wie diesen immer drei Mitspieler und kann tatsächlich noch viele Brettspiele spielen. Tatsächlich, wer hätte es gedacht, Escape-Room, das Spiel, ist viel dabei, wenn man das noch als Brettspiel bezeichnen kann. Man hat ja kein klassisches Brett, aber schon noch spielt auf dem Wohnzimmertisch sozusagen. Die Exit-Games auf jeden Fall auch. Dann aber auch Klassiker wie Begemmen oder mal eine Runde Karten, Rommi beispielsweise. Und RPGs zocke ich tatsächlich auch viel. Also wir haben gerade auch wieder eine Online-RPG-Runde Dungeons & Dragons am Laufen. Und ja, das sind so die Spiele, die mich momentan viel begleiten. Das ist Renés Baustelle, ne? Ja, Rollenspiele war mal. Bin ich jetzt leider ja auch nicht mehr aktiv. Also wenn man sich Kinder anschafft, kann man das Rollenspielen, glaube ich, erst mal 14 Jahre oder so einen Nagel hängen und vielleicht danach noch... 14, du bist aber optimistisch. die Kinder vielleicht anfangen und mitmachen. Ja, warum nicht? Na klar. Aber das kann mich ja leider so schwer beeinflussen. Das stimmt. Aber ich war begeisterter Rollenspieler früher, ja. Sehr schön. Gut. Ja, dann steigen wir jetzt direkt mal in unser Hauptthema ein und fangen erst mal mit dem Thema an, um dich noch ein bisschen mehr kennenzulernen. Wie wird man eigentlich Spielleiter von einem Escape Room? Oder wie kamst du dazu? Ja, also ich habe tatsächlich nach dem Studium erst mal angefangen, am Theater zu arbeiten, was eine sehr, sehr kreative Branche ist, mit viel Freiheiten, natürlich auch vielen Pflichten und vielen Überstunden und viel Zeit, die man dort verbringt. Aber in allererster Linie war ich dort, weil ich kreativ arbeiten wollte. Bin dann danach, als ich in die freie Wirtschaft gewechselt bin, erst mal bei einer großen Kinokette gelandet, auch in der Geschäftsführung. Da war das dann tatsächlich das genaue Gegenteil. Sehr wenig kreativer Freiraum. Und als ich dann die Stellenanzeige gesehen habe bei Lasersports in Göttingen, für die Eröffnung neuer Escape Rooms, war ich sofort Feuer und Flamme. Ihr habt ja gerade schon gehört, dass ich eben auch privat sehr gerne spiele in alle Richtungen und immer viel Neues ausprobiere. Hatte zu dem Zeitpunkt auch selber schon viele Escape Rooms privat gespielt und habe mich sofort auf die Stelle beworben. Tatsächlich auch keine andere. Ich habe das gesehen, Escape Room-Spielleiterin, beziehungsweise Leiterin der ganzen Abteilung und Aufbau und war total hin und weg, habe mich beworben und es hat dann Gott sei Dank geklappt. Ja, und seitdem bestimmt das meinen Arbeitsalltag. Darf ich? Ich spring mal kurz dazu. Also erstmal für die Hörer, ich war auch mal in der Firma eingestellt. Also Sabrina und ich hatten das erste Vorstellung oder du hast mich das erste Mal rumgeführt beim Vorstellungsgespräch. Genau, das war so. Jetzt muss ich das mal zeitlich irgendwie für mich mal, also wir haben auch zusammengearbeitet deswegen, also da kommen wir später gleich noch zu. Ist jetzt leider nicht mehr so, ist ja auch kein Geheimnis. Also ich arbeite leider nicht mehr in der Firma aus Corona-Gründen. Aber um das für mich zeitlich einzuordnen, also als du angefangen hast, gab es die Planung für den Escape Room oder für die Escape Rooms und du solltest sie dann mitentwickeln oder wie konnte ich mir das vorstellen? Genau, also der grobe Plan, den gab es schon, bevor ich in der Firma war. Der Bauantrag war schon genehmigt und die Wände beispielsweise waren schon verplankt, der erste Boden war schon rausgerissen. Wer mal bei uns war und meine beiden Chefs, Frank und Alex, mal kennengelernt hat, die sind beide auch sehr aktiv und waren da schon selbst am Standort zu Gang und haben das Ganze so gut es geht eben vorbereitet. Und ja, ich bin dann direkt quasi in dieser ersten Bauphase schon mit eingestiegen. Also die Firma, mit der wir zusammen die Räume entwickelt und gebaut haben, war schon ausgesucht. Und die grobe Thematik der beiden Räume stand schon fest, aber mehr gab es eben noch nicht. Also ich hatte tatsächlich das Glück, so früh mit einsteigen zu können, dass ich eben das vom gesamten Marketing über, welche Räume werden es jetzt genau, wie genau sollen sie aussehen, welche Gruppen wollen wir ansprechen und ja, welche Grundausrichtung bekommt dieser ganze Escape Room. Da konnte ich Gott sei Dank sehr viel mitgestalten. Ich hätte mal nochmal eine Frage, die ein bisschen früher angeht. Was hast du denn studiert, was sich da qualifiziert zu solch kreativen Berufen? Also im Bachelor habe ich Germanistik und Soziologie studiert und habe dann noch einen Master in Literaturwissenschaften dran gehängt. Also ja, das qualifiziert einen, das ist wie mit den meisten Geisteswissenschaften zum Taxifahren unter den Hörern. Die kennen es genau, wo die Eltern und die Freunde immer sagen, am Ende wirst du Taxifahrer. Das ist bei mir Gott sei Dank nicht eingetroffen. Ich hatte meinen Fuß schon im Theater drin und war da eben schon kreativ tätig, erst in der Regieassistenz und später in der Schneiderei. Und ja, für mich war klar, es muss ein kreativer Beruf sein, wo es eben nicht nur um Büroarbeit oder nicht nur um das eine, sondern eben um vieles geht. Und da ist man bei den Escape Rooms in einem sehr vielseitigen Sektor gelandet auf jeden Fall. Du hast eben erzählt, du bist eingestiegen, als ihr quasi die Räume geplant habt. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Gibt es irgendwo einen Baukasten, wo ich sagen kann, ich möchte nicht Sherlock Holmes haben, da soll eine Atombombe drin vorkommen und Katzen. Oder wie mache ich das? Wie passiert das? Ja, also vielleicht gibt es auch den einen unter anderen Katzenliebehaber unter den Escape Room-Betreibern. Das weiß ich nicht. Mag sein, dass es da vielleicht anders vonstatten ging. Aber bei uns war es so. Wir haben natürlich erst mal geschaut, was gibt es überhaupt bei uns in der Region? Also Göttingen, was gibt es da für andere Städte? Welches Einzugsgebiet haben unsere Escape Rooms oder würden unsere Escape Rooms voraussichtlich haben? Man wirft natürlich auch mal ein Auge nach Kassel oder nach Hannover, so Städte, wo der Göttinger auch sagen würde, da würde ich vielleicht auch noch ein Escape Room besuchen. Und dann guckt man natürlich, dass man irgendwo auch eine Nische für sich findet. Also, dass man was anbietet, was die anderen Escape Rooms in der Umgebung vielleicht nicht thematisch haben. Oder man legt seinen Schwerpunkt eben anders. Und unsere Analyse hat dann eben ergeben, dass wir hatten uns ja mehr oder weniger auf den Zauberer- und den Piratenraum geeinigt. Das ist so, dass die groben Thematiken unserer Räume sind das. Und die sind eben im Umkreis nicht so weit vertreten gewesen. Man schaut natürlich auch, was ist populär zur Zeit. Und wir alle kennen, glaube ich, den großen Harry Potter-Hype noch, der ständig weitergeht. Und auch Film-Franchises wie Flucht der Karibik beispielsweise, sehr populär. Und das waren so die ausschlaggebenden Punkte, dass wir gesagt haben, das ist thematisch cool, das interessiert die Leute, es interessiert uns selber auch natürlich. Und da kann man schöne atmosphärisch gestaltete Räume drauf aufbauen. Und ja, so kam dann eins zum anderen. Und so fiel dann letztendlich die Entscheidung. Naja, ich kann da auch noch mal kurz einspringen. Also in der kurzen Zeit, in der ich ja in der Firma war, es gab ja, gibt ja oder gab oder gibt, ich weiß jetzt nicht, wie der zerstanden ist durch die Corona-Geschichte, Planung halt für einen dritten Raum. Und da habe ich ja quasi diesen Planungsprozess ja auch mal so ein bisschen so Hype miterlebt. Oder ja, hatte so das Gefühl, dass man da auch noch ein bisschen selber mitwirken kann irgendwie. Und da hatten wir ja zum Beispiel auch eine Escape-Room-Tour gemacht, Richtung Horror-Genre. An einem Tag hatten wir dort drei Räume gespielt in Norddeutschland, was sehr spannend ist. Und wie man denn halt sich auf den Autofahrten überlegt, wie könnte man das umsetzen? Wie baut man Rätselketten? Wie verändert man die? Und das ist halt wirklich ein sehr kreativer Prozess. Und das fand ich echt cool. Aber es gibt natürlich auch, René, du sagtest ja wohl im Baukästen. So was kann man sich da auch einkaufen. Ja, das wäre jetzt nur die Frage gewesen. Denkt ihr euch die Rätsel alle selber aus? Oder wie gesagt, gibt es da Schublade auf Rätsel A, B bis A, B, C rein? Oder wie passiert das? Also bei uns im Prozess war es jetzt so, wir haben mit der Firma Escape Game Solution zusammengearbeitet. Die sind gestartet selber als Escape-Room-Betreiber in Norddeutschland, Region Kiel. Haben mit ihren eigenen Räumen gestartet und haben dann irgendwann überlegt, okay, das ist cool. Wir haben gar nicht die Kapazitäten, unsere Räume so weit zu verbreiten. Wir bieten die jetzt auch zum Verkauf an. Und Baukasten trifft es vielleicht nicht ganz. Man kann halt auch viel auf die Planung noch mit einwirken. Und mit den Bühnenbauern tatsächlich, das sind zum Teil professionelle Kulissenbauer und Game Designer, die eben diese Rätselketten und auch die Kulissen der Räume entwickelt haben. Und mit denen standen wir eben von Anfang an in regen Kontakt und konnten eben auch darauf einwirken, in welche Richtung das geht. Aber natürlich bringen die ein gewisses Repertoire mit. Die sagen so und so sehen unsere Räume beispielsweise dort aus. Und wir haben dann gesagt, okay, so möchten wir es aber für uns haben. Das möchten wir jetzt anders haben oder das möchten wir besonders haben. Also wir haben ja beispielsweise unseren Flucht der Black Pearl im Angebot. Das ist unser Doppelraum. Den Raum an sich gab es so bei der Firma eben zu kaufen. Aber wir haben halt gesagt, wir möchten gerne was besonderes draus machen. Wir hätten gerne die Möglichkeit, dass Gruppen miteinander oder gegeneinander spielen können. Und dann haben die uns diesen Raum doppelt eingebaut, quasi gegenüberliegend. Und in der Mitte gibt es noch einen Mittelraum. Den haben wir beispielsweise fast alleine entwickelt. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen Spoiler, wobei das den Gruppen auch vorher gesagt wird, weil viele fragen eben auch, sieht man sich, trifft man sich? Und da ist schon, das ist schon so eine Information, die darf man, glaube ich, mal rausgeben. Auf jeden Fall trifft man sich da vielleicht wieder, sieht sich wieder. Je nachdem natürlich auch, wie der Spielverlauf funktioniert. Aber ja. Und wenn man das Produkt dann mehr oder weniger gekauft hat, ist es auch das eigene. Und die ganze Story beispielsweise, die dahinter steckt, die haben wir komplett selbst entwickelt. Also die stammt aus meiner Feder größtenteils. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich bei Lasersports angefangen habe, warum mich meine Chefs ausgewählt haben, weil das eben mein VT ist. Wir hatten ja gerade über mein Studium gesprochen. Als Literaturwissenschaftlerin schreibe ich natürlich auch unglaublich gerne und entwickle gerne eigene Spielwelten. Und natürlich wollte ich nicht einfach irgendeinen Harry Potter abklatsch oder irgendeinen Flucht der Karibik abklatsch, sondern wir wollten eine eigene Story, in die sich der Spieler vertiefen kann, in die man als Spielleiter auch eintauchen kann, in der man Rollen annehmen kann und der man auch eine ganze Geschichte irgendwo spielt und erlebt. Und da haben wir einen sehr großen Anteil daran gehabt, wie das Ganze jetzt am Ende auch geworden ist. Beantwortet das die Frage? Ich habe das Gefühl, ich hoffe, ich rede nicht irgendwie um den heißen Brei drumherum oder so. Nein, das klingt gut. Und immer weiterreden. Deswegen holen wir uns Gäste in die Sendung, damit wir nicht oder wenig reden müssen nur. Also keine Angst zu haben, ihr redet keiner zu viel. Außer Matthias. Das ist sehr gut. Ja, der gehört ja auch zum Kernteam. Der hat sich als Privileg erarbeitet, meinst du? So ungefähr. Nein, nein. Also Gäste dürfen hier ruhig loslegen. Genau, aus dem vollen Schöpfen. Was macht denn einen guten Spielleiter eigentlich aus bei so einem Escape Room? Der Spielleiter begleitet ja den Spieler auch durchaus durch das ganze Erlebnis hinweg. Generell ist es ja immer so 60 Minuten Spielzeit beim Escape Room. 60 Minuten ist der Zeitrahmen, wo man sich dann aus ihrem Raum herausrätseln muss. Und ich finde, einen guten Spielleiter macht es einerseits aus, dass er das Spiel gut umrundet und gut begleitet, aber eben keinen Störfaktor darstellt. Und bei der Auswahl unserer Spielleiter aber achte ich besonders darauf, dass es tatsächlich auch gute Schauspieler sind. Also die müssen natürlich keine dreijährige Schauspielausbildung mitbringen, aber ich finde es halt schön, wenn sie zur Immersion beitragen. Also das heißt, dass sie auch eine Rolle einnehmen. Wenn sie beispielsweise den Fluch der Black Pearl leiten, dann erwarte ich, dass es ein Pirat ist, der das leitet oder der Klabautermann oder eine andere Figur, die in dieser Welt, wie wir sie versuchen zu gestalten, auch vorkommen würde. Und das Gleiche eben auch in der verbotenen Abteilung, unserem Zauberraum. Da geht man dann in die Rolle des Schulleiters oder des Fluglehrers oder des Geistes, des Hausgeistes, der Schule oder wie auch immer. Sodass der Spieler auch wirklich, wenn er mit dem Spielleiter kommuniziert, das Gefühl hat, er ist weiterhin in dieser Welt. Wir haben ja, bevor wir quasi on air gegangen sind, auch kurz über Walkie-Talkies beispielsweise gesprochen. Das haben wir natürlich auch, als wir selber Räume getestet haben, mehrfach gehabt, dass wir so ein Walkie-Talkie bekommen haben. Das hat natürlich in manchen Szenarien seinen Charme. Beispielsweise in so einem Zombie-Raum finde ich, da ist das cool. Da könnte man sich halt auch vorstellen, wenn man selber in der Zombie-Apokalypse wäre, dass man mit seinen Kameraden irgendwie über Walkie-Talkie kommuniziert. In einem Zauberschulraum, finde ich, hat ein Walkie-Talkie nichts zu suchen. Und dementsprechend haben wir uns halt überlegt, dass wir über Mikrofone und Boxen in den Räumen arbeiten, sodass man quasi die erzählende Stimme aus dem Off ist. Und das finde ich, ja, hat eine andere Qualität einfach. Also nicht nur eine andere Audioqualität, sondern auch eine andere Interaktionsqualität mit den Kunden tatsächlich. Aber das fängt ja nicht nur im Rad. Das ist ja nicht nur im Raum. Das fängt ja schon irgendwie bei der Begrüßung der Gäste an. Und ich war ja mal einen Tag noch ein Praktikant. Ich weiß nicht, ob du dich dran bist. Wurde noch der andere neue Kollege mit dabei? Oder du hattest dann die Gruppe ja begrüßt und dann hattest du die ganze Story irgendwie so in epischer Breite denen auch noch beigebracht. Und da hatte ich noch den, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war der Lando, der dabei war. Ich sagte, kennst du den Text auch schon auswendig? Und er meinte, es gibt auch noch eine verkürzte Version. Aber du hast mir, glaube ich, auch mal den Zettel gezeigt mit der ganzen Story. Das war schon krass. Aber das, finde ich, gehört auch dazu. Und da hatten wir ja zum Beispiel auf dieser Escape Room Tour oder auf der Horror Tour, nenne ich sie jetzt einfach mal so, vielleicht auch mal nicht so ganz gute Beispiele gesehen, oder? Ja, das finde ich tatsächlich auch. Also es gibt solche und solche Escape Rooms. Es gibt auch solche und solche Mitarbeiter natürlich. Das ist ganz klar. Ich finde aber eben, der Spielleiter hat einen großen Einfluss darauf, was es für ein Erlebnis für die Gruppe wird. Und ja, ich sagte ja schon, ich selber sehe mich auch ein bisschen als Geschichtenerzähler und er ist Schreiberling, passioniert. Und ja, für mich war dann klar, ich schreibe halt einmal die Kurzversion, also die Geschichte, die der Spielleiter dann am Anfang der Gruppe auch erzählt. Und dann aber auch noch eine lange Version, damit der Spielleiter auch die Möglichkeit hat, aus einem gewissen Repertoire zu ziehen. Damit es eben nicht jedes Mal das Gleiche ist. Nicht nur für den Spielleiter oder für die Gruppen, sondern damit es halt wirklich jedes Mal ein ganz eigenes Escape Room Erlebnis wird. Und ja, je mehr Grundlage man dem Spielleiter gibt, desto mehr kann er eben auch aus dieser Kiste schöpfen. Und es gibt ja auch solche und solche Spieler. Der eine findet das toll und möchte so viel Story Input wie geht. Und der andere sagt halt, naja, ich bin halt hier, um Rätsel zu lösen und brauche vielleicht nicht die ganze Bandbreite an Geschichte. Und so kann man eben gucken, ja, wie viel braucht man davon? Wie viel möchte man davon? Und ja, so ein gegenseitiges Einschätzen vielleicht auch. Aber vielleicht kann Sonja dann nochmal, die hat ja auch schon jetzt ein bisschen Erfahrung oder Sonja und René. Was macht denn für euch einen guten Spielleiter aus? Also ich kann... Ich hatte es im Vorgespräch. Mach es nur ganz kurz, Sonja, weil ich habe noch nicht so viele Escape Rooms gemacht. Ich glaube, ich hätte gerne so einen Spielleiter gehabt, der mich mehr mit der Story beglückt. Die, die ich so erlebt habe, war mehr, ja, hier ist so ein Raum und da geht ihr dann rein und das besagte Walkie Talkie hat man dann dabei. Ja, also man wurde abgeholt und reingesteckt und dann lief die Zeit. Also das war dann Story-mäßig so gut wie gar nicht vorhanden. Da hätte ich mir sowas schon eher gewünscht. Ja, das finde ich auch immer sehr schade, weil wenn man dann einen Tipp bekommt, dann... Man wird dann so rausgerissen, also auch wenn man selber danach fragen muss. Also das hat Vor- und Nachteile. Wir halten das halt relativ offen. Ich habe auch Gruppen, man unterhält sich natürlich vorher mit den Gruppen. Also ich mache das zumindest und meine Mitarbeiter machen das auch. Man begrüßt sich, man fragt erstmal, habt ihr schon Escape Rooms gespielt? Wie sind so eure Erfahrungen? Wo wart ihr vielleicht noch im Umkreis? Was fandet ihr gut? Was fandet ihr schlecht? Und ich hatte beispielsweise auch eine Gruppe, ich schätze mal, das ist so ein bisschen in die Richtung, in die Sonja auch gleich gehen wird. Die hatten halt schon über 35 Räume gespielt. Die sind nach Belgien, in die Schweiz, die sind überall hin, um die verschiedensten Escape Rooms in Deutschland und Umgebung zu spielen. Und da wusste ich natürlich, die möchten weniger Tipps. Die möchten nicht von vorne bis hinten an die Hand genommen werden, sondern die möchten, soweit sie kommen, ohne Tipps spielen. Die haben auch vorher gesagt, haltet euch bitte zurück und sagt nicht so viel. Und wenn die Gruppe sich das so wünscht, dann machen wir das natürlich auch so. Also man ist ja flexibel, wenn man mit Menschen arbeitet. Aber ich glaube, Sonja wollte sagen. Ja, von meinen Erfahrungen her, also auch was du erzählt hast, gerade wenn man zu Escape Room Anbietern geht, die mehrere Räume haben, wo auch alle gleichzeitig beginnen, habe ich es jetzt schon öfter erlebt, dass man in einer wirklich großen Gruppe erstmal so eine generelle Einführung bekommt. Und die finde ich meistens dann zu langatmig. Also es ist noch gar nicht ums Thematische geht, sondern wirklich so Grundregeln eines Escape Rooms. Und wenn da Leute dabei sind, die halt noch keine oder wenig Erfahrung haben, ist das ja auch verständlich. Aber bei mir ist dann eher so das Gefühl, ich will jetzt los und ich will da jetzt rein. Und in der Regel waren es eher kurze Geschichten, die dann der Spielleiter erzählt hat. Das ging dann eigentlich immer relativ zügig los, was ich jetzt aber gar nicht so negativ fand. Ja. Wenn ich jetzt so an die letzten Räume denke, da war es auf jeden Fall, dass man in den Raum reinkam und dann lief irgendwie eine Stimme vom Band, die einem nochmal so in das Thema reingezogen hat. Und ich finde es auch gut, wenn zum Beispiel so Tipps vom Band kommen, die dann aber auch halt passig in diese Atmosphäre kommen. Ansonsten ja, wie du eben auch schon sagtest, bin ich halt immer so zwiegespalten, was die Tipps angeht, weil einerseits bin ich ambitioniert, dass ich es gerne selber schaffen möchte mit meiner Gruppe. Und da finde ich es halt auch immer schwierig, den richtigen Punkt zu finden. Manchmal kamen halt schon Tipps vom Spielleiter, wo wir gedacht hätten, ah, das hätten wir doch mit ein paar Minuten mehr Zeit wahrscheinlich auch noch selber rausgefunden. Ja, aber ansonsten, also Thema finde ich schon wichtig. Aber ich will auch in erster Linie auf jeden Fall erstmal losspielen und dann gerne später eben durch irgendwelche Zwischensequenzen oder auch bei den Tipps, wenn das dann thematisch gut eingebettet ist. Das finde ich auch sehr schön. Aber das mit den Tipps ist wahrscheinlich auch so der härteste Knackpunkt, da den Zeitpunkt rauszufinden. Sicherlich, ja. Aber Sabrina, du hattest mir ja auch gesagt, das Ziel ist es aber, die Gruppe durch diesen Raum zu kriegen. Es bringt ja, also die wirklich, dass die eine volle Stunde da irgendwie, also dieses Timen, wenn die jetzt hängen, dass man diesen Zeitplan so ein bisschen einhält, sage ich mal. Ja, tatsächlich. Also da gibt es auch solche und solche Escape Rooms. Es gibt einige, die sagen, okay, du hast 60 Minuten, du hast deine fünf Tipps. Da haben wir ja auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Und viel mehr gibt es dann nicht. Und wenn du es halt nicht schaffst, schaffst du es nicht. Das finde ich auch eine Herangehensweise. Aber wir haben uns entschlossen zu sagen, dass wir schon uns zum Ziel setzen, wenn wir eine Gruppe reinlassen, dass sie auch am Ende innerhalb der 60 Minuten wieder rauskommt. Und um auch eben das Maximum des Raums mitzuerleben. Weil natürlich könnte man sich in manchen Rätseln eine halbe Stunde vertiefen. Der eine kommt ganz schnell drauf. Der andere hat einen guten Tag, der andere hat einen schlechten Tag. Also es kommt ja auch auf viele Faktoren darauf an, wie gut kommt so eine Gruppe jetzt durch diesen Raum durch. Und wie fit sind die Rätselnden dabei vielleicht auch. Jemand, der schon ein paar Räume vorher gespielt hat, der kennt den einen oder anderen Trick, wie man durch so einen Escape Room durchgeht, worauf man vielleicht auch achten muss und andere eben nicht. Und das ist tatsächlich, wie du eben sagst, auch der Knackpunkt für den Spielleiter. Wann gebe ich einen Tipp? Wann mische ich mich ein? Ab welchem Punkt müsste die Gruppe eigentlich schon weiter sein? Oder ist die Gruppe jetzt gut in der Zeit? Und das kommt tatsächlich mit der Erfahrung. Also je öfter du einen Raum geleitet hast, desto feinfühliger wirst du dafür, wie lange braucht man für das Rätsel? Und wo könnten Gruppen hängen? Oder auch nachzuvollziehen, welche Fehlannahmen trifft so eine Gruppe? Einer denkt vielleicht, das Rätsel muss so gelöst werden und der andere denkt aber in eine komplett andere Richtung. Und wenn du diese Mechanismen irgendwann erlebt und gesehen hast, dann weißt du eben auch, wie du darauf reagieren musst, damit die Gruppe möglichst sanft in die richtige Richtung zurückgedrückt wird. Also für manche reichen ganz, ganz leichte Hinweise, die ganz gut versteckt sind, vielleicht auch mit einer Metapher oder einem kleinen Wortspiel oder so. Und anderen musst du dann tatsächlich auch manchmal Schritt für Schritt erklären, wie es geht. Das kommt wirklich sehr stark auf den Spieler an und natürlich auch auf den Spielleiter. Aber ja, das ist, glaube ich, noch mit der Knackpunkt dafür, was macht einen guten Spielleiter aus? Nämlich zu erkennen, wann braucht die Gruppe wirklich einen Tipp? Und was sage ich, damit die Gruppe nicht das Gefühl hat, sie bekommt es jetzt vorgesagt? Das mochte ich zum Beispiel auch in einigen Escape Rooms überhaupt nicht gerne, dass der Spielleiter dann irgendwann einfach gesagt hat, ja, so ist es. So ist jetzt die Lösung. Sondern ich möchte an die Hand genommen werden, wenn ich nicht weiterkomme und sanft in die richtige Richtung gedrückt werden, damit ich vielleicht noch den letzten Denkschritt im Rätsel eben wieder selbst übernehmen kann. Ja, das hatten wir ja auch im Vorgespräch. Sonja und ich hatten ja mal so einen Teamraum gespielt, wo zwei Teams durch verschiedene Räume durchmussten. Und ich war im Verliererteam. Gut, dass Matthias heute nicht da ist. Der konnte nicht so gut gucken, hat er gesagt. Und wir haben zum Beispiel den letzten Raum überhaupt nicht gesehen. Wir haben ihn nur beim Durchgehen einmal, also beim Rausgehen dann gesehen. Und das fand ich halt echt schade. Also die andere Gruppe war dann halt viel weiter vorne. Wir hatten halt im Raum drei festgehangen und den vierten haben wir halt überhaupt nicht gesehen. Und ja, das wäre jetzt der vierte Raum gewesen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt ihn nicht gesehen. Das fand ich halt wirklich sehr frustrierend. Ich fand es tatsächlich witzig, weil das war zum ersten Mal, dass ich mal zumindest so für zehn Minuten diese Spielleiterrolle einnehmen konnte. Weil wir konnten dann auf dem Monitor den anderen noch dabei zuschauen, wie sie in den Räumen unterwegs sind. Ach, ihr habt noch zugeguckt? Ja. Gott. Ja. Also da habe ich auch noch eine Anekdote von meinem ersten Escape Room, den wir hier in Braunschweig gemacht haben. Da war das Ganze noch relativ neu und ich glaube, die waren halt auch noch nicht komplett ausgebucht. Und da waren wir bei dem letzten Rätsel, standen wir komplett auf dem Schlauch und wir hätten es sicherlich auch alleine im Leben nicht lösen können. Und ich meine gehört zu haben, dass wir es mittlerweile nochmal angepasst haben. Auf jeden Fall lief da so ein Timer runter. Und ich könnte schwören, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass die letzten 60 Sekunden mehrfach 60 Sekunden waren. Also die Zeit lief runter und irgendwie dachte ich immer, die steht die ganze Zeit. Und ja, also das fand ich da schön, dass wir es wirklich zu Ende spielen konnten. Aber ich glaube mittlerweile, dadurch, dass die halt wirklich getaktet und ausgebucht sind, wenn sie denn irgendwann wieder öffnen dürfen, ist das mittlerweile auch nicht mehr der Fall. Von daher ist es mir noch nicht passiert, dass wir den Raum nicht beendet haben, glaube ich. Ja, also ich finde halt auch, Escape Rooms gehören ja doch zu einer etwas höheren Preiskategorie an Freizeitangebot. Und wenn man eben schon einen recht stolzen Preis dafür nimmt, dann sollte es eben auch ein rundum tolles Erlebnis sein. Und es ist ja doch immer irgendwo auch mit Frust verbunden, wenn man beispielsweise gar nicht in den zweiten Raum kommt. Oder eine ganze Rätselkette überhaupt nicht mitnehmen konnte, weil es eben an der Zeit gehapert ist. Und da finde ich, hat man als Spielleiter auch irgendwo eine Verantwortung, die Gruppe eben so durchzunehmen, dass sie auch eine faire Chance hat, es zu schaffen. Und natürlich rätseln, sage ich mal, drei Zwölfjährige anders als drei Dreißigjährige, die schon zehn Räume gespielt haben. Und da muss man eben auch darauf eingehen, denke ich. Ja, genau. Was ist denn bei euch so die Gruppengröße, für die es erlaubt ist? Oder was würdest du persönlich empfehlen? Also die Verbotenabteilung ist für sieben Personen Maximum ausgelegt und der Fluch der Black Pearl, dadurch, dass es sich eben um einen Doppelraum handelt, für insgesamt zwölf. Black Pearl zu zwölft macht auch durchaus Spaß, finde ich ganz cool. Also da gibt es auch viele Rätsel, viele haptische Rätsel, viele zum Anfassen und zum Ausprobieren. Und der hat auch durchaus seine schwierigen Parts, der Raum. Da ist man, glaube ich, mit mehr Leuten sehr gut dabei, weil man viel Parallel und Zeitgleich rätseln kann und alle haben was zu tun. Harry Potter, beziehungsweise die Verbotenabteilung, unser Zauberraum, jetzt sage ich es auch schon, möchte hier kein Copyright Influencer mit betreiben. Nein, unser Zauberraum, tatsächlich, den würde ich mit vier bis fünf Leuten persönlich spielen, wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte, aus Kundensicht zu kommen und den Raum nochmal neu zu spielen. Durchaus auch mit sechs und sieben Rätselbar, aber da sind die Rätsel, sage ich mal, ein bisschen versteckter. Da sitzt man vielleicht auch ein bisschen länger am einen oder anderen Rätsel und der Raum ist auch generell ein kleines bisschen kleiner. Dementsprechend würde ich da ja mit vier bis fünf reingehen, aber man kann ihn eben auch gut zu siebt spielen. Aber das ist auch immer so eine Frage von Gruppendynamik. Ich habe halt oft als Spielleiterin gesehen, dass es Gruppen gibt, die können auch in großer Größe gut miteinander kommunizieren, aber für viele ist es eben auch ein Hindernis, wenn es zu viele Leute sind. Also es gibt ja auch beispielsweise Escape Rooms, wo man mit 20 Leuten rein kann. Habe ich selber noch nicht bestellt. Stelle ich mir auch unglaublich schwierig vor, 20 Leute als Spielleiter im Blick zu behalten und 20 Leute zeitgleich zu beschäftigen. Also ein Escape Room lebt ja auch davon, dass man zusammenarbeiten muss und ich frage mich, wie das mit 20 Leuten geht. Aber vielleicht geht es. Ich muss es auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Das nennt man ein Teambuilding. Ja. Aber zwölf Leute, also um das vielleicht mal für die Hörer nochmal ein bisschen, was der Spielleiter da zu leisten hat. Also du hast ja gerade gesagt, die Flucht der Black Pearl, um den Namen ja korrekt zu sagen, mit zwölf Leuten. Das heißt, du hast ja zwei Gruppen, die du betreuen musst, mit jeweils sechs Leuten. Das ist ja dann schon, ich habe das ja auch miterlebt, wie man dann halt eine Doppelgruppe oder die Doppelpearl, so hieß es ja irgendwie intern in der Firma, die eine Doppelpearl haben, dass man dann wirklich, du hast halt Kopfhörer auf oder du versuchst irgendwie, ein Kopfhörer ist halt der eine Raum, also Raum eins, der andere Kopfhörer, der linke Kopfhörer ist dann der andere Raum. Also das ist schon, da muss man schon echt konzentriert sein bei der Sache und ich war da, also als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, so jetzt wäre ich ja weil sie jetzt sehr überfordert heute. Ja, man braucht auf jeden Fall den einen oder anderen kognitiven Skill, das denke ich schon. Es ist auch eine Übungsgeschichte tatsächlich, wir haben uns am Anfang auch überlegt, gerade auch als ich das das erste Mal gemacht habe, da war ich auch völlig überfordert, da bin ich auch ganz ehrlich und dachte, oh je, ob das so einfach geht und haben auch überlegt, ob wir da vielleicht dann zwei Spielleiter nehmen, aber tatsächlich ist das nicht die beste Alternative für den Kunden, weil du willst ja auch mitbekommen, was macht die andere Gruppe und wie denkt die andere Gruppe und du kannst besser auf beide Gruppen eingehen, ja, wenn du eben beide im Blick hast tatsächlich und es war schwierig am Anfang, aber als man es dann ein paar Mal gemacht hat und auch so ein bisschen die Dynamiken versteht und auch weiß, ja, alle paar Minuten höre ich mal auf der einen Seite rein, dann konzentriere ich mich mal ein paar Minuten auf der anderen Seite oder ich helfe jetzt der einen Gruppe zu Rätsel 1 oder Rätsel 2 zu kommen und wenn die dann dabei beschäftigt sind und halt generell wissen, was sie zu tun haben, dann gehe ich halt rüber wieder in die andere Gruppe und helfe da noch mal ein bisschen weiter. Ja. Es ist auf jeden Fall ein schöneres Erlebnis, wenn man beide Gruppen im Blick hat, als wenn es zwei getrennte Personen machen. Ja, auf jeden Fall, aber du weißt ja, wusstest ja, oder du hast mir auch gesagt, so, jetzt ist so ein bisschen knackigeres Rätsel und wenn du das geschafft hast, dann läuft das meistens auch gut so weiter. Genau. Aber ich fand es auch spaßig, dass du gesagt hattest, irgendwie, ich lasse die erstmal eine ganze Zeit lang erstmal alleine rummachen. Was ja Sonja auch gesagt hat, erstmal die Gruppe alleine agieren lassen, gucken, erstmal in den Raum einfinden, gerade am Anfang, was ist hier los, was kann man machen, nicht gleich irgendwie nach drei Minuten sagen, hey, dreht mal den Schlüssel um. Ja, auf jeden Fall, weil gerade, also bei uns ist so die Grundregel, die ersten 15, 20 Minuten lässt du als Spielleiter deine Gruppe erstmal in Ruhe, weil du musst ja erstmal in den Raum reinkommen und diese ganze neue Situation, diese ganze neue Atmosphäre und Kulisse, in der du dich befindest, das musst du ja auch erstmal aufnehmen als Spieler. Wo befinde ich mich hier gerade überhaupt? Was ist mein Ziel? Was ist meine Aufgabe? Wonach suche ich eigentlich und warum bin ich hier? Und wenn das halt vier, fünf, sechs, sieben Leute zeitgleich irgendwie versuchen, auf die Kette zu kriegen, das dauert ein bisschen und man möchte ja auch erstmal alles anfassen, alles in sich aufnehmen und ja, das dauert eine Weile und dann, wenn man dann das erste Rätsel gefunden hat oder vielleicht finden die Spieler auch sogar die ersten drei Rätsel gleich parallel, müssen sich dann erstmal entscheiden, welches möchte ich jetzt lösen und welche Teile im Raum gehören überhaupt zusammen und da geben dann eine Rätselkette oder eine Lösung. Ja, da braucht man erstmal ein bisschen Orientierung und diese ersten 20 Minuten sind ganz wichtig und bieten dem Spielleiter auch die Möglichkeit, eben so ein bisschen ein Bild von der Gruppe zu kriegen. Also was kann ich von der Gruppe erwarten? Welche Rätsel werden die, die mit welchen Logiken und welchen Mechanismen verbinden? Wie werden die ungefähr denken und welche Herangehensweise legen die an den Tag? Das ist eigentlich immer ganz schön zu sehen und für den Spieler, glaube ich, auch ein angenehmes Gefühl erstmal anzukommen, bevor man gleich von jemandem vollgequatscht wird. Ist das denn für so ein Spielleiter auch manchmal zum Haare raufen? Also man hört ja wahrscheinlich, was die Leute sagen und was sie so für Überlegungen anstellen. Ja, genau. Wir sind Augen und Ohren. Ich sage es der Gruppe auch immer. Ich kann mit euch kommunizieren. Ich höre euch. Ich sehe euch. Es gibt ja auch manche, die ein bisschen Angst haben, Platzangst beispielsweise oder wenn ich Kindergruppen habe, die haben auch manchmal ein bisschen Angst, dass da vielleicht irgendwas kommt, was sie nicht erwarten. Da sage ich auch immer, wir sind die ganze Zeit bei euch. Ja, das hat Vor- und Nachteile. Natürlich gibt es mal Gruppen, wo man denkt, ach Mensch, ich wünschte, du wärst jetzt schon ein bisschen weiter oder ich wünschte, du würdest jetzt verstehen, was ich dir sage. Aber da muss man auch einfach geduldig bleiben, weil jeder Mensch ist anders. Jeder nimmt Dinge und Eindrücke und auch Rätsel anders wahr und anders auf. Und da muss man dann so einfühlsam wie möglich sein. Also das Schlimmste, finde ich, ist, wenn die Gruppe das Gefühl hat, der Spielleiter ist irgendwie genervt, weil man ist da zum Vergnügen, man möchte da eine schöne Zeit verbringen und natürlich hat man auch einen kompetitiven Anspruch. Aber letztendlich möchte man halt eine schöne Zeit mit seinen Liebsten verbringen. Und wenn der Spielleiter dann irgendwie blöd reagiert, dann macht das Ganze natürlich gleich weniger Spaß. Ja, manchmal ist es dann anspruchsvoller, einen Tipp irgendwie so zu verpacken, dass die Gruppe eben nicht frustriert ist und nicht das Gefühl hat, sie rätselt schlecht. Aber tatsächlich habe ich auch immer das Gefühl, die Leute, die so ein Escape Room besuchen, die haben halt auch Bock da drauf. Die wollen da hin. Die haben sich in ihrer Freizeit dazu entschieden, da hinzukommen. Und die meisten machen das mit sehr viel Enthusiasmus und Elan. Und den Spruch hört man natürlich oft, wenn dann eine Gruppe irgendwo nicht weiterkommt. Ah nein, was soll denn jetzt die Spielleiterin draußen denken? Die denkt doch, wir sind blöd. Nein, nein, das haben wir alles schon gesehen. Wir kennen das. Und ja, wir sind da eigentlich alle grundentspannt. Gut. Sollen wir dann mal zum nächsten Thema übergehen und zwar jetzt zu den Online Escape Rooms. Der Arne hat uns ja quasi schon immer darauf angepingt und angeteasert, dass ihr da bei euch sowas gemacht habt und er hat auch da mitgewirkt. Wie seid ihr so grundsätzlich auf die Idee gekommen, jetzt einen Online Escape Room zu machen? Meine letzte Amtshandlung in der Firma. Ja gut, wir befinden uns ja gerade dann doch in einer etwas schwierigen Situation, so allgemein auf der Welt mit Corona. Da ist man natürlich als Freizeitanbieter vor diverse Herausforderungen gestellt. Wir waren natürlich mit die Ersten, die schließen mussten, was natürlich auch alles seine Richtigkeit hat. Ich denke, die Gesundheit der Menschen geht auf jeden Fall vor und so schade, dass es davon ist, haben natürlich auch wir unsere Türen vorübergehend jetzt erstmal geschlossen, bis die ganze Kontaktsperre aufgehoben ist und bis es dann auch wieder sicher und verantwortungsbewusst ist, eben sowas wie ein Escape Room oder auch unsere Lasertag-Halle oder unser Neongolf wieder zu eröffnen. Und da fragt man sich natürlich, ja, was macht man jetzt in der Zeit? Hat man irgendeine Möglichkeit, die Kunden noch zu erreichen? Hat man eine Möglichkeit, den Leuten, die in der Zeit eigentlich gerne zu uns gekommen wären, irgendwas zu bieten? Und ja, bei uns ist dann das tatsächlich auch durch unseren Buchungstool-Betreiber entstanden. Die nennen sich Quinnbook, die Firma. Und die haben eben im Zuge der Corona-Krise gesagt, okay, wir als Betreiber der Buchungstools für Escape Rooms sozusagen, wir haben natürlich jetzt auch ein Problem. Unsere Escape Room-Kunden können nicht mehr arbeiten, können ihrer Arbeit nicht weiter nachgehen. Was machen wir denn da? Und die haben dann eben ihre Engine entwickelt und zur Verfügung gestellt für alle Quinnbook-Nutzer, die sich Quinn Games nennt. Und damit ist es eben auch einem Laien, sage ich mal, auf dem Gebiet möglich. Ich selber bin beispielsweise auch keine Programmiererin. Java ist mir ein Begriff, aber mehr auch nicht, sage ich mal. Das ist so mein technischer Stand und machen das eben auch für Leute wie mich und Arne möglich, so ein komplettes Spiel tatsächlich daraus zu programmieren. Relativ simpel und einfach an die Hand genommen. Und die Möglichkeit wollten wir sofort nutzen, als sie sich uns geboten hat tatsächlich. Man hat ja Kapazitäten gerade, so ein bisschen personell. Ja, natürlich. Man hat ein bisschen mehr Zeit, weil man eben auch weniger vor Ort sein muss. Das ist ganz klar. Aber für euch war relativ schnell klar, dass ihr was selber macht, oder? Also es gibt ja mittlerweile auch wahrscheinlich einige Anbieter, die das anbieten. Ich habe zumindest, es gibt eine Escape Room-Ausgangssperre, nennt er sich. Der wird mir regelmäßig bei Facebook angepriesen für verschiedenste Escape Room-Anbieter aus ganz unterschiedlichen Orten. Sowas kam für euch nicht in Frage. Nee, tatsächlich nicht. Wir haben gesagt, wenn wir das machen, dann machen wir das von der Pike auf. Ich bin natürlich auch so in der Firma die Ansprechpartnerin, was Escape Rooms angeht. Einfach dadurch, dass wir in der Tee jetzt auch der erste Standort sind, der die hat. Und ja, da wurde ich dann halt mehr oder weniger gefragt, wie siehst du das? Möchtest du das machen? Und ich war sofort Feuer und Flamme. Wir hatten ja vorhin schon über auch Privatspielen gesprochen und ich bin auch eben selber PC-Zockerin und Konsolen-Zockerin. Und für mich war klar, wenn ich so eine Escape Room anbiete, unter meiner Flagge, dann soll das eine Eigenproduktion werden. Und das finde ich auch, also da bin ich nach wie vor sehr zufrieden mit, dass wir da an vielem selbst gearbeitet, also dass wir das Spiel von Grund auf natürlich selbst entwickelt haben und dass wir auch viel Bild- und Videotonmaterial selbst produziert haben, selbst aufgenommen haben, selbst fotografiert und gefilmt haben. Also dieser ganze Prozess, ja, war auf jeden Fall total spannend, hat viel Spaß gemacht, man hat viel dabei gelernt und am Ende können wir es eben unser eigenes nennen. Und das hat schon was Besonderes, finde ich. Ich habe immer ein bisschen gedrängert, ich habe gesagt, immer alles selber machen, was man selber machen kann, selber machen, weil man hat mehr Kontrolle drüber. Ja, das stimmt. Und gerade so der Bereich, also bei uns in dem Online-Escape-Rum, den wir jetzt halt gemacht haben, ich weiß gar nicht, wie der letzte offizielle Name jetzt ist. Auf den Spuren des Antivirus, heißt das gute Stück. Genau, der beginnt halt, um das vielleicht mal thematisch nochmal kurz, beginnt halt bei uns in der Anlage und da, das war halt storymäßig so aus bei Dovert und da habe ich gesagt, dann machen wir so viel wie möglich selber und das finde ich halt cool. Also das hat richtig Spaß gemacht. Und weil du halt auch noch Dinge verändern konntest, also als ich jetzt das Endprodukt gesehen habe, habe ich gesagt, ach, jetzt haben sie das doch noch anders gemacht und Stichwort Schlüssel. Ja, na klar. Man hat immer die Möglichkeit, nochmal zurück an den Ort des Geschehens zu gehen und nochmal neues Material auch zu produzieren, wenn irgendwas nicht so passt, wie man sich das gedacht hat. Aber du hattest dir ja vorher auch mal sowas angeguckt. Also das war ja, ist ja auch kein Geheimnis. Also, aber es stand ja schon fest, das irgendwie doch selber, selber möglichst zu machen. Also nicht irgendwie jetzt sagen, wir klauen uns jetzt irgendwas, sondern wir entwickeln alles selber. Also wir haben ja die, oder Story ist eher eure Baustelle gewesen. Also das hast du ja gemacht mit zwei von unseren Spielleitern oder zweieinhalb von unseren Spielleitern wurde ja die Story auch entwickelt und das war ja auch ein sehr kreativer Prozess. Auf jeden Fall. Und das war dann auch wirklich so zwei, zweieinhalb Tage wirklich sehr kreatives Arbeiten. Also ihr habt halt die Story gemacht und dann habe ich angefangen, schon die Sachen zu produzieren nebenbei. und also das ganze Bildmaterial, die Grafik nur irgendwie umzusetzen. Das war, also das ist alles aus unserer Feder. Auf jeden Fall. Das war ja gut. Wenn man vielleicht mehr Zeit hat, achso, ja. Die Software, die ihr jetzt habt, ist quasi so ein, ja wie so ein Rahmen, in dem ihr das Ganze dann eingießen könnt, eure eigenen Sachen. Das ist so ein What you see is what you get Editor einfach. Also du, ich glaube am Ende fällt da wahrscheinlich ein HTML raus, habe ich das Gefühl, so wie ich das so gesehen habe. Also du hast eine Bühne, sag ich mal, da lädst du einfach Dinge rein, also lädst du ein Hintergrundbild rein, dann kannst du dort halt Bereiche definieren, Buttons definieren. Du kannst halt einen Button sagen, hey, wenn du da drauf drückst, passiert XY, dann kommt halt der Button, Y wird dann eingeblendet oder es geht ein Zahlenfeld auf, da musst du eine Zahl eingeben und, und, und. Also gibt's, ich glaube wir haben auch das System noch, wahrscheinlich könnte man auch sogar noch mehr rausholen, wenn man sich damit länger mit auseinandersetzt. Also das war, das war, um jetzt nochmal kurz zu Story und Umsetzung, also das war dann immer sehr lustig, weil dieses System ist halt, wir kannten das ja gar nicht, also als das, als die Idee entstanden ist, war das System noch gar nicht fertig oder Sabrina, war das so, ne? Genau, Finn Games war auch ganz frisch auf dem Markt erst sozusagen, weil die natürlich auch mit der Zeit jetzt gegangen sind und sich der Situation angepasst haben und wir selber haben während unserer eigenen Spieleentwicklung, ich glaube mindestens drei Updates dieses Programms auch miterlebt, was natürlich uns auch vor einige Herausforderungen gestellt hat und da hat natürlich auch technisch nicht alles funktioniert, also man ist dann natürlich auch auf die Gnade von der Engine, mit der man arbeitet, angewiesen und, ja, musst du da auch sich natürlich ein bisschen anpassen. Also ich fand das immer, ihr habt ja diese Story und die Rätsel entwickelt und ich hab gedacht so, oh Gott, wie soll man das denn umsetzen? Aber es hat, glaube ich, alles geklappt, was wir uns vorgenommen haben, oder? So wie ich... Ja, so ziemlich. Also, was ich sehr schade fand, ist, dass die Engine leider kein Inventar hergibt, also man hat im Spiel leider kein Inventar, wie man es aus Point-and-Click-Adventures sonst normalerweise kennt oder auch aus, ja, anderen PC-Titeln in der Richtung, aber man arbeitet sich dann da drumrum, ne? Man arbeitet mit dem, was man zur Verfügung gestellt hat und versucht, das Beste da rauszuholen und ich glaube, wir haben da schon ein gutes Level für das allererste Spiel erreicht. Ich glaube, drumrum arbeiten, Sonja und René kommen auch so ein bisschen aus der Computerecke, das kennt ihr auch, das Problem wahrscheinlich, ne? Nein, nein, nein. Überhaupt nicht. Aber wo du gerade sagst, Point-and-Click-Adventure, wie nah ist das miteinander verwandt, so ein Online-Escape-Room und so ein klassisches Point-and-Click-Adventure? Oh, ich würde sagen, schon sehr nah. Also ich persönlich spiele auch privat sehr gerne Point-and-Click, also besonders so auf dem Handy vorm Einschlafen mache ich dann gerne mal so ein Wimmelbildspielchen an. Und das ist von der, vom Mechanismus her ist das die gleiche Idee. Also du hast deine Maus, du hast deinen Pointer, also wenn du ein Objekt hast in deinem Klickbereich sozusagen, das anklickbar ist, dann verändert sich der Mauszeiger zum Pointer und du weißt, das ist jetzt ein Objekt, mit dem ich interagieren kann. Was ich gerade schon sagte, das fehlende Inventar, das würde ich etwas sagen, was vom normalen Point-and-Click unterscheidet und noch das ein oder andere immersive Element, was wir jetzt beispielsweise eingebaut haben, was man von Computerspielen nicht so kennt, weil man versucht natürlich auch irgendwo eine Ebene zu erreichen, die ein bisschen auf den normalen Escape-Room auch zurückgeht, wo man auch selber zu Hause vielleicht mal vom Sofa aufstehen muss und was tun muss. Aber ich möchte da auch nichts spoilern aus dem Spiel, deswegen gehe ich da mal nicht so ganz genau drauf ein. Ja, aber vom Mechanismus würde ich sagen, ist es sehr nah dran. Von der Story und von den Rätseln ist es aber eher am realen Escape-Room angelegt, so gut es eben geht. Man hat natürlich keinen Gegenstand, nichts, was man anfassen kann, so wie man das aus dem normalen Escape-Room kennt. Da hat man viele haptische Rätsel, Dinge, die man erfühlen, ertasten muss, Dinge, die man ja wirklich anfassen muss, um das Rätsel zu lösen. Das geht natürlich so von zu Hause mit der Maus aus nicht, aber wir haben uns den einen oder anderen Kniff überlegt, wie man doch noch ein bisschen Abwechslung in das doch recht simple Genre des Point & Click reinbekommt. Ja. Alle Interessierten können ja mal reinklicken und sich das Spiel angucken, damit man weiß, worum es hier geht, aber ja, doch, das ist schon sehr artverwandt oder was würdest du sagen, Arne? Ja, aber halt, es gibt halt so zwei, drei Sachen, wo du ja auch gerade so ein bisschen angeteasert hast, da geht es dann vielleicht doch so ein bisschen, ja, ich sage jetzt besser nichts weiter. Ich weiß schon, was du meinst und Sonja weiß wahrscheinlich auch, was wir meinen. Um dich da mal rauszuholen. Ja, bitte. Ganz schnell. Kann ich das denn, mit wie vielen Leuten kann ich das denn machen oder müssen alle am selben Ort sein oder alle an verschiedenen Orten? Wie läuft das ab? Ja, wir haben uns natürlich auch überlegt, es muss so machbar sein, dass wir natürlich nicht irgendwelche Corona-Verordnungen oder Regelungen irgendwie außer Kraft setzen oder uns da irgendwo gegen irgendwelche Regeln widersetzen, weil man möchte das ja auch den Leuten ans Herz legen, guten Gewissens und sagen, das ist jetzt was, was ihr machen könnt, während ihr, naja, durch Corona eben eingeschränkt seid und zu Hause bleiben müsst und dementsprechend kann man das von diversen Endgeräten spielen. Also theoretisch ist die Spielerzahl unbegrenzt. Es ist so ein bisschen wie beim echten Escape Room auch. Es gibt, denke ich mal, eine, ja, reasonable Obergrenze, wo man sagt, da kann man vielleicht nicht mehr so gut miteinander rätseln und kommunizieren, aber ich beispielsweise habe den ersten Durchgang mit meiner WG gespielt mit vier Leuten. Das war eine sehr angenehme Zahl. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit fünf und sechs auch immer noch genauso viel Spaß macht. Ich würde sagen, vielleicht bei acht oder zehn Leuten, da wird es dann vielleicht ein etwas zu großes Durcheinander, weil wenn man von verschiedenen Endgeräten spielt, beispielsweise ich spiele jetzt mit meiner Cousine, die vielleicht in Braunschweig sitzt oder in Lübeck oder am anderen Ende von Deutschland oder auch der Welt letztendlich, eigentlich ganz egal, das ist ja das Schöne am Online-Spielen, man kann sich von überall einschalten, muss man natürlich irgendwie eine Möglichkeit finden zu kommunizieren und wir haben halt gesagt, naja, wir empfehlen sowas wie Zoom, wo ja auch die ganzen Webkonferenzen zu Corona-Zeiten jetzt stattfinden oder Discord oder TeamSpeak, was man eben auch aus dem Online-Gaming-Bereich kennt, sucht euch euer Kommunikationsmittel der Wahl, schaltet euch alle zusammen von euren PCs zu Hause und dann startet ihr das Spiel und man bekommt dann einen Link zugeschickt, wenn man das Spiel gekauft hat und es steht einem auch frei, diesen Link eben mit den Freunden zu teilen und zu sharen, so ist es auch gedacht und wenn ich dann meinen Link habe, schicke den meinen beispielsweise vier Freunden, dann setzen wir uns zeitgleich an den PC, suchen uns unser Kommunikationsmittel aus, quatschen ein bisschen miteinander und loggen uns dann ein und dann klickt man auf diesen Link und dann funktioniert das Ganze quasi live. Also alle vier Spieler oder fünf Spieler, ist egal wie viele es sind, sehen immer das Gleiche. Also wenn ich jetzt beispielsweise mit Arne zusammen spielen würde und Arne drückt sich zu Hause irgendwas im Spiel an, macht beispielsweise eine Tür auf, dann öffnet sich auch bei mir am Computer die Tür und wenn Arne irgendwo hinklickt, dann sehe ich einen kleinen runden Kreis. Also ich sehe immer, wenn Arne etwas tut und Arne sieht immer, wenn ich etwas tue und so ist das eigentlich ganz schön. Da kann man das ganze Spiel schön zusammen durchspielen. Schwierig wird es manchmal, wenn man Probleme mit der Internetverbindung hat. Aber selbst wenn die Verbindung abreißt oder man muss den Computer neu starten oder man hat vergessen das Ladekabel reinzustecken und muss nochmal neu hochfahren, dann kann man den Link einfach wieder anklicken und dann sagt man seinen Mitspielern, wartet kurz, bei mir hakt es gerade mit der Technik, loggt sich wieder ein und dann kann man auf dem Link einfach auf Spiel fortsetzen klicken und es geht genau da weiter, wo man aufgehört hat. Aber das finde ich eine gute Info, weil wir haben es jetzt zu zweit zu Hause gespielt, von daher haben wir das bei dem jetzt nicht getestet. Wir haben zuvor in einer Sechsergruppe, also jeweils drei Pärchen, die bei sich zu Hause saßen, gemacht. Das war so ein PDF-basierter Online-Escape-Room und das fühlte sich nicht wie gemeinsam erleben an, sondern jedes Pärchen hat irgendwie für sich gerätselt und man hat eben eher so nebeneinander hergerätselt. Und das finde ich dann cool, wenn da einer eine Tür aufmacht und die geht für alle auf. Das ist dann, glaube ich, schon ein anderes Erlebnis. Ja, ich glaube, da merkt man auch, dass eben die Herrschaften, die bei Quinnburg arbeiten, eben selber auch im Escape-Room-Sektor, also im echten, realen Leben Escape-Rooms betrieben haben und sich eben mit dem Sektor einfach auskennen. Die haben dann noch die ein oder andere gute Idee gehabt, wie man eben das Gefühl eines gemeinsamen Escape-Room-Erlebnisses auch in dieses Spiel einbaut. Und diesen Multispieler-Modus, nenne ich ihn mal, finde ich da auch sehr gelungen tatsächlich. Also, ne, wenn ich dann auch ein Video anklicke, dann läuft das beim anderen auch zeitgleich runter und wenn ich auf Pause drücke, pausiert das Video eben auch für alle. Und das ist schön. Da kann man eben sehen, dass zumindest alle irgendwo sich im gleichen Spielverlauf gerade befinden. Siehst du, diese Funktionalität kannte ich noch gar nicht. Ja, immer wieder neu. Immer. Muss nach meinem Abgang passiert sein. Ja, ich hatte ja, vor zwei Wochen bei unserer letzten Auf-den-Tisch-Folge schon mal über ein Online-Escape-Room-Spiel gesprochen. Und zwar ist es von Ruhe Escape, Escape at Home. Und bei denen fand ich es ganz cool gelöst, da kann man mit bis zu vier Standorten teilnehmen und jeder Standort bekommt einen anderen Code. Und diese Codes sorgen dafür, dass auch wirklich an allen Standorten bei den meisten Rätseln unterschiedliche Hinweise ankommen, die man halt miteinander kombinieren muss. Okay. Und da fand ich jetzt die Schwierigkeit der Rätsel nicht so hoch, aber das Gruppenerlebnis war halt super, weil man wirklich, also man muss halt irgendwie aus drei Informationen was herausfinden und an jedem Standort gibt es halt einen Teil dieser Information und man muss halt wirklich den anderen erzählen, was man sieht, was man liest. Natürlich könnte man auch seinen Bildschirm einfach teilen, aber wir haben es wirklich so gespielt, wie es wahrscheinlich auch gedacht ist, dass man sich halt wirklich erzählt, was man sieht und das dann miteinander zu kombinieren. Ja, das ist natürlich auch eine Herangehensweise, die ich sehr interessant finde. Das ist doch nicht schon wieder gerade drüber nach, wie man das umsetzen könnte. Ja, Möglichkeiten gibt es dafür auf jeden Fall. Man müsste dann quasi mehr oder weniger zwei unterschiedliche Spiels, glaube ich, Spiele entwickeln und würde dann quasi den einzelnen Teilen der Spielergruppe unterschiedliche Links zuschicken. Das wäre schon machbar auf jeden Fall. Aber da war es auf jeden Fall so, bei Videos oder bei irgendwelchen Tonsequenzen, dass die jeder für sich abspielen musste. Wir waren halt über Skype, haben uns gegenseitig gehört, das war immer blöd, wenn man selber das hören wollte, dann musste man die anderen stumm schalten, damit man das von denen nicht hört, weil die irgendwie anders angefangen haben. Also es sind beides coole Herangehensweisen, aber das mit den verteilten Hinweisen fand ich schon irgendwie speziell. Auf jeden Fall, ist ein Alleinstellungsmerkmal auf jeden Fall. Theoretisch könnte man unser Spiel auch gegeneinander spielen, dann müsste man aber den Spielcode, sage ich mal, zweimal kaufen. Dass man sagt, drei Leute spielen im einen Team und drei spielen im anderen Team, jeder hat seinen eigenen Spielcode und man schaut halt, wer zuerst fertig ist. So gibt es das ja auch in manchen realen Escape Rooms, dass man da auf Zeit gegeneinander spielt. Aber ja, das ist dann, was man lieber mag sozusagen. Stille im Podcast. Stille hervorragend. Wie ist denn so das Feedback, was ihr bis jetzt bekommen habt? Ich würde sagen, durchweg positiv. Wir haben das Ganze natürlich erstmal größtenteils an unseren Kundenstamm natürlich auch präsentiert, also alle Leute, die jetzt bei uns gebucht hatten und leider aufgrund der Situation eben stornieren mussten oder storniert werden mussten. Den haben wir das natürlich als Alternative ans Herz gelegt. Da schreibt man dann auch schon mal in der Storno-E-Mail, hey, wenn ihr Interesse habt, schaut doch mal unsere Online-Spiele an, vielleicht ist ja das was für euch. Man pusht es in diversen Facebook-Gruppen, auch natürlich hier fürs Göttinger Publikum, aber auch allgemein für alle Leute, die eben gerade zu Hause sind und vielleicht nicht arbeiten gehen können oder sich in Kurzarbeit befinden und aufgrund der Situation eben mehr Zeit zu Hause verbringen. Ist ja auch ganz logisch, man kann nicht mehr in den Escape-Room vor Ort gehen oder ins Kino oder essen gehen. Wir sind ja alle davon betroffen und ja, da kam bisher relativ viel positives Feedback, also durchaus auch von Spielern, die schon gespielt hatten. Da kam mal die ein oder andere Mail, hey, es hat Spaß gemacht, danke, dass ihr sowas gemacht habt. Ich bin auch allgemein sehr begeistert davon, wie die Leute mit der Corona-Situation und mit den Stornierungen umgehen. Also man hat dann auch beispielsweise Leute, die zurückschreiben, wir mussten, ich musste jetzt einen Kunden stornieren, der hatte schon online bezahlt. Da fragt man natürlich, wie möchtest du es zurückerstattet haben und der hat dann gesagt, Mensch, ich möchte einen Gutschein, ich möchte das Geld nicht so zurück. Ich möchte einen Gutschein, damit ihr sicher sein könnt, wenn ihr wieder aufhabt, dass ich zu euch komme. Und beim Spiel sehe ich ähnliche Reaktionen. Cool, dass ihr das anbietet, schön, dass ihr noch da seid, dass ihr versucht, trotzdem am Ball zu bleiben und dass ihr nicht den Kopf in den Sand steckt. Und ja, also das Spiel wurde schon einige Male auf jeden Fall auch verkauft. Und ich selber teile das auch gerne unter dem Hashtag Support Your Local, weil das ist ja auch die Idee dahinter. Kauft das Spiel, damit bei uns ein bisschen Geld in die Kasse kommt. Ihr bekommt einen Gutschein am Ende des Spiels, den ihr dann auch bei uns wieder einlösen könnt. Und sozusagen, dass man die Spieler, die einem jetzt auch verloren gehen oder die nach Corona erst wieder kommen können, dass die halt jetzt schon eine Möglichkeit haben, auch bei uns was zu erwerben, käuflich. Und natürlich auch, um ein Angebot zu haben, ein Escape Room Angebot, das man von zu Hause nutzen kann. Also es kann auch durchaus passieren, dass wir, selbst wenn wir wieder eröffnen, auch weiterhin im Online-Sektor noch neue Spiele produzieren und anbieten, weil es natürlich auch irgendwo eine weitere Zielgruppe ist und natürlich nicht lokal gebunden. Ja. Wie, also, Anna hat es ja eben schon anklingen lassen, ich komme selber aus der Software-Entwicklungsecke. Wie fehlerfrei hat das Ganze funktioniert? Was meinst du jetzt mit fehlerfrei? Also, das fertige Spiel oder in der Entwicklung? Bis es ein fertiges Spiel war, ich denke mal schon, ihr werdet das entsprechend getestet haben, dass auch alles so weit funktioniert, dass die Rätsel alle funktionieren. Ja. Aber ich denke mal, während der Entwicklung, auch wenn du sagtest, dass die, dass Quinn Gamester das auch relativ neu gemacht hat, das wird ja nicht alles rund gelaufen sein, oder? Ich kann das ja mal, ich kann das ja mal kurz, also erst mal fing das an, ich war da, ich war da auf Arbeit und dann hieß es plötzlich, ey, da ist eine Webco, diese Anbieter, die bauen da irgendwie so ein Online-Escape rumbauen. Also, so fing das irgendwie an, die haben dann auch so ein Zoom-Meeting gemacht und dann haben die das so vorgestellt und dann war es, glaube ich, über eine Woche oder sowas, bis es überhaupt erst mal live ging, bis das Produkt erst mal überhaupt live war, dass man sich das überhaupt anguckt. Die hatten in diesem ersten Webco, hatten die nicht mal irgendeine Demo, wo man sich das schon mal angucken konnte? Ich weiß nicht, Sabrina, ob du dich noch erinnerst. Ja, aber das ist ja nicht der dümmste Move. Ich würde es aber gerne, ich würde es gerne mal sehen, wie es funktioniert, weil ich wieder von dieser... Ja, ja, na klar, aber die denken halt drei Schritte voraus und sagen dir quasi, okay, in einer Woche ist es für dich technisch möglich und du hast jetzt quasi schon eine Woche Zeit, dir eine Geschichte zu überlegen, du hast eine Woche Zeit, vielleicht schon Fotos und Material zu produzieren. Also, das, was wir begonnen haben, als Quingame schon released war sozusagen, das hätten wir halt diese Woche vorher eben schon tun können. Ja, da war ja noch anderes zu tun. War es, glaube ich, für uns beide nicht zugänglich genug, weil man das eben noch nicht gesehen hatte und für mich war es tatsächlich auch eine Hemmung, dann direkt schon damit anzufangen, weil ich wusste nicht so ganz, worauf ich mich einlasse. Also, ich glaube, es hatte so sein Für und Wider, dass sie da so vorausgegriffen haben. Und ich kann ja noch mal von meinem letzten Arbeitstag erzählen. Hashtag Video. Ja, Video Fail. Also, ich bin ja dann irgendwann ausgeschieden wieder aus der Firma und ich wollte das so weit, äh, eigentlich sollte das so weit stehen technisch. Das war ja so der Plan und es scheiterte irgendwie daran, dass ich zum Teufel komm raus kein Video mehr hochladen konnte. Es ging nicht. Ich habe alles Mögliche versucht. Also, das Video klein gemacht, ein kurzes Video gemacht, einfach nur mal ein Testvideo und ein anderes Video ging und das andere Video ging nicht. Also, ich habe das noch mal unkomprimiert. Es ging nicht. Und dann kam irgendwie, dann hatte ich ja mit dir, Sabrina, noch Kontakt. Da hatten wir dann mit Quinn Buck, Quinn Buck und Quinn Bay, hatten wir dann irgendwie auch noch Kontakt irgendwie mit deren Support, der irgendwie auch ganz, ganz toll ist. Ja, total. Äh, aber dann habe ich denen auch das Video geschickt und irgendwie einen Tag später oder zwei Tage später gab es ein Update und dann gab es auch irgendwie, ey, die Video Upload hat jetzt auch einen Fortschrittsbalken und also, das ist wirklich da anscheinend auch sehr mit der heißen Nadel gestrickt gewesen. Hat da auch, aber so die Grundfunktionalität, also Video ist jetzt so ein bisschen so, ähm, wie man bei, äh, Icing on the Cake, also, ne, äh, so die, die Sahnehaube gewesen. Das Video hätte nicht sein müssen. Also, wer hätte da auch drumrum arbeiten können? Äh, natürlich, natürlich. Man kann das Ganze auch ohne Videos und ohne Tonspuren produzieren oder aufsetzen. Das wäre einfacher gewesen. Das wäre es gewesen, aber ich finde, das macht halt auch den Charme. Also, ich finde das auch ganz toll. Das ist natürlich was, was der, der Spieler so nicht unbedingt wissen kann. Das ist vielleicht eher so ein, so ein Insider dann auch für alle, die beteiligt waren. Aber es haben halt so viele Leute aus unserem Unternehmen auch einfach, ähm, deutschlandweit sozusagen mitgemacht. im Vorgespräch hatten wir es schon kurz angesprochen. Meine beiden Chefs kommen als Sprecher drin vor. Arne selbst, ähm, gibt sein Debüt als Sprecher und, äh, auch ich spreche eine Rolle ein. Wir haben Fotos, ähm, äh, von uns gemacht, von unserem, äh, von unseren Räumlichkeiten, so wie wir es zur Verfügung gestellt haben. Und da steckt eben sehr viel Handarbeit und auch, ja, Eigeninitiative und, und, ähm, ja, Anteilnahme an diesem ganzen Projekt drin. Und das fand ich sehr toll, auch in so einer Zeit, dass wir, ähm, gemeinsam da sowas geschaffen haben. Also, das war ein ganz tolles Gefühl, als es dann fertig war und auch als die ersten Testspiele losgingen. Und auch, natürlich kam auch mal negatives Feedback rein. Natürlich hat bei den ersten Testspielen noch nicht alles funktioniert, aber, ähm, es war trotzdem von Anfang an ein grundsolides, ähm, Spiel. Und, ähm, ja, das war schon schön, gerade für den ersten Versuch. Ähm, man hat ja doch immer Angst, dass man den Erwartungen dann nicht gerecht wird, aber ich denke, wir haben da ein tolles Produkt am Ende, ähm, bei rausbekommen. Also, ich hätte jetzt echt Lust, noch ein zweites zu machen. Aber, Ja, ich, äh, bin auch, also, die ersten zwei Tage nach, äh, Veröffentlichung, da hab ich dann erst mal, ja, ich sag mal auf gut Deutsch, die Schnauze voll gehabt. Da wollte ich erst mal von Point & Click nichts mehr hören. Aber, äh, gleich zwei, drei Tage später hab ich schon die ersten Träume gehabt von, ähm, ja, nochmal in die Fantasy-Richtung was zu machen. Man, man hat ja auch ganz andere Möglichkeiten, ähm, als man sie vor Ort hat. Dadurch, dass eben alles online stattfindet, kann man sich ja auch in ganz andere Welten nochmal flüchten. Und, ähm, ja, da gibt's coole Möglichkeiten auf jeden Fall. Ich glaube, das Medium ist noch nicht ausgeschöpft. Also, René, es war mit heißer Nadel gestrickt. Also, ja, das, das, das dachte ich mir, das Gefühl hatte ich auch, wie gesagt, als du sagtest, dass Quinn Games oder Quinn Book, dass er auch selber erst quasi gerade aus der Schublade gezogen hat. Wobei die ja wahrscheinlich schon länger dran gearbeitet haben werden im Vorfeld. Also, bevor... Na klar, das gab es vorher schon die Idee und als dann Corona kam, haben sie gesagt, okay, wir ziehen das jetzt vor das Projekt, weil es eben gerade zeitaktuell gut für die, für die, ähm, Escape Rooms auch ist. Aber, ähm, abgesehen von den technischen Schwierigkeiten war es natürlich auch so, gerade die Entwicklung der Rätsel. Ähm, natürlich, äh, sind wir aus dem echten Escape Room Sektor, äh, alle sehr rätselaffin und natürlich auch irgendwo, ja, ihr habt es vorhin gesagt, Experten auf dem Gebiet, aber es ist halt doch noch mal was anderes, so ein Rätsel von der Pike auf, äh, komplett alleine zu entwickeln für den Spieler zu Hause, weil du, wenn du das selber entwickelst, kennst du natürlich die Lösung. Und es ist doch, äh, gar nicht so einfach, ähm, ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist wirklich leicht und was ist schwer. Und da kommen natürlich dann die Testspieler, äh, ins Spiel. Also wir hatten durchaus, die allererste Version des Spiels, die war so schwer, äh, Also ich glaube, meine WG hat zweieinhalb, drei Stunden gebraucht, um diesen Escape Room zu lösen. Und da haben wir natürlich direkt gemerkt, okay, da, äh, gibt es noch mal Nachschraubbedarf, da müssen wir noch mal ein bisschen was, äh, vereinfachen. Es gab beispielsweise ein Anagramm, was einfach unlösbar war. Also auch meine Chefs haben sich da rangesetzt und haben gesagt, nein, das ist einfach nicht machbar. Das ist so, da musst du dich noch mal ransetzen, ne. Und so lernt man natürlich dann mit den Erfahrungen, die man macht, aber, ja. Ja. Also man kann als, als da so ein bisschen als Entwicklerbau so eine sadistische Ader irgendwie rauslassen, ne. Also, ähm, dieses eine Rätsel, möchte ich jetzt nicht drüber reden, ähm, hab ich, das hab ich noch so ein bisschen, dann noch ein bisschen schwerer gemacht, als es ursprünglich war. Aber, die Lösung ist aber auch, liegt auf der Hand. Ja, das hat man tatsächlich auch oft, auch als Entwickler, ne, dass man sich so denkt, naja, ist doch klar. Das ist das Gleiche wie als Spielleiter, wenn man, äh, im Escape Room selber steht und, und hat das Rätsel schon tausendmal gesehen. Und man denkt sich, na, ist doch klar, wie das jetzt funktioniert, ne. Aber wenn man die Antwort natürlich schon kennt, hat man da keinen objektiven Blick mehr drauf, ob das dann nun auch wirklich für jedermann so klar ist. Und, ähm, ja, da kann man einfach immer nur testen, 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 sich so viel Feedback wie möglich einholen und dann versuchen, ähm, das eben auch den Testspielern, äh, entsprechend anzupassen. Ja, das, 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 das eine Rätsel, was war ja auch, was entwickelt wurde, da hatten wir ja dann auch einen Testspieler dran und wie war es, er brauchte irgendwie 50 Minuten für das eine Rätsel, das hatten wir ja dann auch komplett eingestampft denn noch, äh, oder eingedampft. Ja, das war dann so eine, so eine Art Dekodierungsrätsel und das ist natürlich auch irgendwo, wenn man den Mechanismus eines Rätsels verstanden hat, muss man ja, äh, immer auch noch eine gewisse Art von Fleißarbeit leisten und da hatten wir uns auf jeden Fall zu viel vorgenommen. Es ist auch im fertigen Spiel immer noch eins der längsten Rätsel, aber wir haben dann da noch diverse Anpassungen, äh, dran vorgenommen, sodass es dann, ähm, ja zeitlich auch schneller lösbar war. Was, was ich halt irgendwie sehr schwierig fand, so in dieser Entwicklungszeit oder so, ich hatte stellenweise so ein bisschen verloren, wo ging die Story hin und, aber viel, viel schwieriger für mich war es halt irgendwie beim Entwickeln, wie lang ist das Ding jetzt tatsächlich, also dieser, dieser Zeitaspekt, der war echt, das war echt schwierig auszutarieren, so, ey, das eine Rätsel, das, das, was ich am Anfang gerade gesagt habe, so, das ist doch voll easy, dann bist du in drei Minuten, klickst du da, dann hast du es und dann bist du da durch, dauert zwei Minuten, dann kannst du zur nächsten Szene gehen, aber so dieses Abschätzen, wie lang wird das Ding, wie, wie viel, wie viel Szenen müssen wir machen, das, das fand ich irgendwie sehr schwierig. Das hängt aber auch tatsächlich stark vom Spieler ab, also ich habe natürlich auch diverse Testspieler begleitet, beispielsweise die Freundin, die Schwester von meinem Freund mit ihrem Lebensgefährten zusammen musste auch direkt spielen und dann habe ich mir das auch nicht nehmen lassen, mich bei Zoom mit einzuklinken und zuzuschauen, also ich habe mich dann wirklich hingesetzt und zugeschaut, wie die beiden dieses Spiel rätseln und dann haben wir natürlich auch gleich den Mehrspieler-Modus getestet, ich konnte dann alle Schritte der beiden wirklich nachvollziehen und ja, wir haben, ich hätte beispielsweise gedacht, das erste Rätsel, das macht man so im Schlaf, das geht ganz schnell, wie du sagst, drei, vier Klicks, zwei Minuten, dann ist man da durch, aber die sind beispielsweise da schon zehn Minuten hängen geblieben, weil die eben auch keine geübten, ja, Point-and-Klick-Spieler, aber auch keine Escape-Room-Spieler in dem Sinne so sind und die hatten bei Rätseln Schwierigkeiten, wo ich beispielsweise nicht damit gerechnet hätte und andere wiederum haben sie dann im Handumdrehen gemacht, also das ist ja auch immer sehr subjektiv, wie lange jemand nun wirklich an so einem Rätsel dann sitzt am Ende, aber ja, das Ziel war dann irgendwo bei 60 bis 90 Minuten, so wie man auch einen normalen Escape-Room ungefähr ansetzt, rauszukommen und jetzt so in der Endphase, in der finalen Version ist es glaube ich auch ungefähr der Zeitrahmen, den man braucht. Sonja, wie lange hast du gebraucht? Wir haben leider die Zeit nicht genau gestoppt, aber es war auf jeden Fall über 60 und unter 90 Minuten, also irgendwo dazwischen. Ah ja. Hast du Hilfe benötigt? Ja, bei dem Einrätsel, wo ich euch vorhin schon sagte, das gefällt mir auch nicht. Ja, wir haben nämlich, oder Sabrina hat nämlich noch einen Hilfe-Guide geschrieben, da haben wir ja auch noch überlegt, wie wir die Hilfe auch noch umsetzen. Ich meine, du kannst ja, du kannst ja die Spieler nicht komplett allein lassen, wenn sie mal auf dem Schlauch stehen und ja, ein PDF ist draus geworden, ne? Nee, 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 also es startete als PDF, genau, man guckt ja auch dann so, wie haben andere das gelöst? Ein PDF war auf jeden Fall was, was ich vorher schon gesehen hatte, das wäre eine Möglichkeit gewesen, das dann mit rumzuschicken. Ach, ich weiß. Wir haben uns das jetzt aber anders überlegt, wir haben das auf unserer Website mit eingearbeitet, da bekommst du dann in deiner Bestätigungs-Mail, wo du auch den Link zum Spiel drin hast und die Grundregeln, welchen Browser nimmst du, wie funktioniert das technisch, das wird ja alles in dieser Bestätigungs-Mail nochmal erklärt und da gibt es jetzt einen Link zu unserer Website, wo man aufs Lösungsbuch kommt und da hat man dann so kleine, ja, ich weiß gar nicht, wie man das aus Marketing-Seite oder aus Programmier-Seite nennt, aber wo man dann draufklicken kann und das fächert dann so aus. Aufklapp-Gelüst. Aufklappbar, genau. Du siehst dann, kannst dann gucken, okay, ich bin jetzt gerade in Schauplatz 1 beispielsweise, dann guckst du da in deiner Übersicht und wenn du beim richtigen Schauplatz bist, drückst du dann auf das Plus und das fächert eben auf die Antwort und dann geht es auch immer erst so, dass du einen Hinweis bekommst und erst darunter, wenn du es nochmal auffächerst, da kommt dann wirklich die Auflösung des Redens erst. Ja, das hat dich noch am Ende so mitgekriegt, wie das Hilfesystem entstehen sollte. Genau, ja, da guckt man dann, was ist da so der beste Weg irgendwie für den Spieler. Man versucht ja auch im Escape Room den Spieler so gut wie möglich eben nicht zu spoilern und nicht gleich die ganze Lösung vorzugeben und da sind wir dann noch ein paar Mal drüber gegangen, haben das nebengehalten und geschaut, okay, wie macht man das am besten, ohne dass der Spieler sich gleich zu viel Information rauszieht. Ja, am Computer... Das fand ich durchaus gelungen, also wenn man da wirklich stecken bleibt, dass man sich da einzelne Hinweise geben lassen kann. sehr schön, das freut mich. Ja, René muss das auch noch spielen. Ja. Ja, sehr gerne. Wenn ich da genauso scheitere wie bei den letzten Sachen, was wir jetzt hier analog als Escape Room Spiele gemacht haben, dann werde ich viele Hilfe brauchen. Du hattest doch ein Geburtstags-Escape-Rätsel, hatte ich gesehen. Ja, meine Frau hat mir ein kleines, eine Schnipseljagd eine Schnipseljagd gebastelt, ja. Cool. Aber das war einfach richtig. Tauchten auch irgendwelche WhatsApp-Nachrichten auf? Ja, irgendwelche Leute haben ihre Kinder gefilmt. Geschickt, ich weiß auch nicht. Sowas. Dinge. Ja. So, hast du noch Fragen? Ja, hast du noch Fragen? Nee, die sind alle gestellt worden, alle beantwortet worden. Die einzige Frage wäre, wie geht es weiter? Wann kann man was erwarten? Ja, tatsächlich kann ich dazu noch gar nicht so viel sagen. Wir sind natürlich auch immer noch dabei, erst mal auszuwerten, was für eine Reichweite hat dieses Spiel jetzt überhaupt. Ich würde euch da auch gar nicht mit irgendwie groß Business-Quatsche volllabern, aber man hat dann Google-Ads-Kampagnen laufen und Facebook-Kampagnen und versucht überhaupt erst mal das erste Spiel unter die Leute zu bringen. Dann wird noch mal eine richtige Auswertung stattfinden. Wie viel Arbeitszeit ist da überhaupt reingegangen? Was hat uns das natürlich jetzt auch gekostet, das zu produzieren? Ach ja, fällt mir gerade noch was. Klar, Corona hebelt diese ganzen Mechanismen irgendwo so ein bisschen auf, weil man hat natürlich auch mehr Zeit. Man ist sowieso im Homeoffice, in Kurzarbeit oder wie auch immer und hat natürlich auch die Möglichkeit, mal Wege zu beschreiten und Projekte anzugehen, die man sonst im Arbeitsalltag nicht unbedingt gut hätte einbetten können. Aber ja, ich habe auf jeden Fall sehr große Lust, noch mal so ein Spiel zu produzieren und hoffe auch, dass wir den Weg noch mal gehen. Wir sind auch schon am Überlegen, es gibt ja, ihr habt ja gerade selber schon drüber gesprochen, so Schnitzeljagden und auch Stadtrallys und so, das ist auch noch mal eine Ecke, in die wir mal reinschauen wollen und gucken, ob wir da nicht auch noch mal was finden, was sich cool umsetzen lässt. Und ja, ich bin selbst gespannt, wie es weitergeht. Also bei uns in der Firma kann sich da von heute auf morgen immer gleich was komplett Neues ergeben. Das finde ich auch sehr spannend in dem Sektor. Man muss natürlich auch mit der Zeit gehen und gucken, ja, was kommt gerade gut an, was möchten die Leute und ja, ein zweites Spiel ist auf jeden Fall nicht auszuschließen. Schön. Ja, wir haben ja auch mal spaßeshalber mal, das war meine vorletzte Aktion, ein Corona-Video produziert, das war auch sehr witzig. Aber es tut jetzt hier nichts zu sein. Ja, das ist noch mal ein ganz anderes Thema, was glaube ich auch noch mal ein Podcast füllen könnte, aber unser Corona-Video, ja, sehr. Ja, man muss einfach kreativ bleiben, ne, in solchen Zeiten. Also ich finde das tatsächlich sehr krass. Also wir gucken natürlich auch viel, was machen andere, wir Escape Room-Betreiber sind alle irgendwo über Facebook-Gruppen oder über auch eben unser Buchungstool über Quinnbook. Arne sagt es ja auch, da sitzt man auch mal mit Escape Room-Betreibern aus ganz Deutschland in so einem Webinar oder in einem Zoom-Meeting und guckt sich mal zum gleichen Thema eben was an und man redet natürlich auch miteinander und es ist wirklich heftig, wie diese Situation eben die ganze Branche beeinträchtigt und wie viele doch auch am Ende jetzt wahrscheinlich dadurch in die Knie gezwungen werden und vielleicht auch ja, ihre Türen nicht wieder öffnen werden nach dieser ganzen Situation und da bin ich sehr dankbar, dass es solche Mittel und Wege und Möglichkeiten gibt, sich beschäftigt zu halten, auch weiterhin irgendwo Einnahmen zu generieren, den Leuten noch was anzubieten und ja, also das fand ich auch eine sehr tolle Aktion von Quinnbook zu sagen, hier liebe Escape Room-Betreiber, hier habt ihr eine Möglichkeit, auch weiterhin ja, was zu bieten und was zu tun und ja, da kann man froh und dankbar sein, wenn man solche Möglichkeiten hat. Gut, Arne, du noch Fragen, die du nicht selber beantworten kannst? Die ich nicht selber beantworten kann? Nein, alles gut. Ja, Sabrina, hast du noch Fragen an uns? Ja, habt ihr eine Spieleempfehlung für mich? Was kann ich jetzt während Corona-Zeiten gut spielen zu Hause? Also, achso, René, ich war ja bei Sabrina ja mal kurz zu Hause. Da lag auch Maus und Mystik rum zum Beispiel, habe ich auch gesehen. Ja, das verbindet ja Brettspiel und RPG. Genau. Sonja, hast du Empfehlungen? Ja, ich würde grundsätzlich sagen, ich weiß ja nicht, wie Spieler erfahren die Mitspieler sind, aber Spiele des Jahres, Kennerspiele des Jahres sind eigentlich in der Regel immer einen Blick wert. Wir haben ja in der vergangenen Woche auch eine Folge aufgenommen zu unseren Tipps für die diesjährigen Nominierungen. Ja, momentan, falls du nicht nur mit deinen Leuten in deiner Wohnung spielen willst, World and Rights lassen sich auch ganz gut über Skype oder über irgendwelche Webkonferenz-Tools spielen, wo halt einer Karten aufdeckt oder würfelt und alle tragen das auf ihren eigenen Spielplänen ein. Aber ich glaube, Sabrina müsste mal die Crew spielen. Die Crew. Die Crew. Die Crew. Okay. Kenn ich nicht. Sagt mir nichts. Ist ein kooperatives. Ein kooperatives. Ja. Arme. Alle Spiele kennen er auf einmal. Nö, nö, nö. Jetzt nicht mehr. Ne, ein kooperatives Stichspiel. Okay. Mit Story. Story ist immer gut. Ich lebe für eine gute Story. Auch in Brettspielen sehr wichtig. Naja. Gute Story lassen wir uns da hingestellt, aber es zieht schon sehr in den Bann, finde ich. Das auf jeden Fall, ja. Oder ich weiß nicht, was jetzt bei den Escape Rooms gerade aktuell ist, Sonja. Gab es da irgendwelche Highlights für dich? Ja, es ist jetzt gerade das neue Unlock erschienen. Das war jetzt die siebte Schachtel. Das ist ja so eine Reihe von den Space Cowboys von Asmodee. Da nutzt man eine App und ansonsten hat man einen Kartenstapel. Das sind aber recht gelungene Rätsel. Ansonsten unangefochten auf Nummer eins ist für mich Exit in sämtlichen Variationen und verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Ja, Escape Room, aber hast du gesagt, hast du selber schon Escape Room, das Spiel. Genau. Mit dem Chrono-Decoder. Genau, da haben wir auch schon diverse Erweiterungen zugespielt. Stimmt, da lagen glaube ich auch welche bei dir rum, ja. Ja, ja. Also gerade jetzt zu Corona-Zeiten sind noch mal ein paar dazugekommen. Also bei den Escape rumspielen, wenn es um mehr Story geht, weil zum Beispiel die Exits von Cosmos, die haben ja leider wenig Story. Ja, stimmt. Da ist die Reihe von Disturbia, Escape Disturbia. Ja, den ersten habe ich tatsächlich schon gespielt, ja. Genau, und der zweite macht halt da weiter, macht halt auch mit sehr viel Atmosphäre, also mit Hintergrundgeräuschen und allem sowas weiter, um da noch mehr Story zu vermitteln. Ah, sehr schön. Ja, das ist cool. Und, worüber wir auch letztes Mal schon gesprochen hatten? Ich wusste, dass es kommt. Ich wusste es genau. Ich hätte es uns auch gleich erwähnt. Was wollte ich denn sagen, Arne? Du wolltest jetzt Fifty Clues sagen. Genau. Wenn man ein etwas, ja, härteres vom Thema Escape Spiel haben möchte, wo es auch um, ja, die Story ist nicht, nichts für zartbeseitete. Mhm, okay. Es geht so ein bisschen in die, ja, ich, der Autor war, was war er, Däne? Däne, ja. Skandinavische Krimi. Genau, so in die Richtung skandinavische Krimi, so Wallander und sowas alles, also recht hart und sehr explizit in der Darstellung. Nicht von der, von der Grafik her, aber von der Erzählung. So wie ich dich kenne, schreibst du das gerade alle schon auf oder soll ich sie nochmal aufschreiben? Ja, du kannst mir gerne nochmal eine Tippliste mitschicken. Sehr gerne. Ja, aber da kann ich mich ja schon auf unseren, so thematisch, auf unseren dritten Raum vorbereiten. Anna hat es ja vorhin schon gesagt. Das geht vielleicht auch nochmal in die Richtung, wo Sonja fragte, wie es weitergeht. Also wir planen ja bereits den dritten Raum. Das Gute ist ja in den Zeiten jetzt, dass man auch viel in Umbau und Weiterentwicklung und Arbeiten vor Ort irgendwo stecken kann und die ein oder andere Baustelle noch aufmachen kann, die man sonst hätte nicht bearbeiten können, wenn man Kundenfluss, sag ich mal, haben würde. Und ja, unser dritter Raum wird auf jeden Fall ein Horrorszenario. So in die Richtung plus 18 denken wir da schon, auch für ein Publikum, was sich gerne gruselt und was auch gerne mal sich erschreckt. Ich selber bin auch ein großer Horrorfilm-Fan und gucke mir auch immer hinter meinem Kissen mit einem halben Auge so versteckt meine Horrorfilme an. Und ich hoffe, dass wir dann im dritten Raum auch nochmal dieses Gefühl kreieren können. Ah, da kommt schon die WhatsApp von Arne rein. Das Pendel der Toten. Gut. Ja, wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr da sind, bedanken wir uns auf jeden Fall bei dir, Sabrina, für die Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke euch für die Chance. Hat Spaß gemacht. War gar nicht so schlimm, siehst du. Naja, man ist ja schon doch auch aufgeregt, wenn man sowas noch nicht gemacht hat. Ist auf jeden Fall mein erstes Podcast-Interview. Wir sind alle nett. Ja, total. Das war eine schöne Erfahrung. Genau. Nächste Woche Matthias wollte, glaube ich, seinen Branchenfunk machen, oder? Ich denke. Nageln wir jetzt einfach ihn drauf fest. Dann haben wir nächste Woche nämlich frei. Genau. Nächste Woche der Branchenfunk. Hat ja heute auch freigenommen, der Matthias. Wahrscheinlich nimmt er ihn gerade auf. Ach nee, dann ist wieder eine Woche alt. Dann weiß ich ja, was ich mir nächste Woche anhöre. Ja, Branchenfunk ist, glaube ich, nicht ganz deine Baustelle. Na gut. Der Arne kann dir mal ein paar Highlight-Folgen zuschicken, die sich auch wirklich lohnen. Weil der Branchenfunk, den Matthias jetzt aufnimmt, das ist tatsächlich so ein, das geht schon sehr in die Insider-Ecke rein. Und wo der Matthias auch ein bisschen philosophiert darüber, was gewisse Firmenentscheidungen für Auswirkungen haben. Das ist dann so, glaube ich, als Einstieg nicht ganz so geeignet. Okay. Da kann der Arne, glaube ich, bessere Folgen raussuchen. Ja. Oder die Folge von der letzten Woche ist zum Beispiel auch, glaube ich, um mal einen Rückblick über das Jahr zu kriegen. Spiele ja. Okay, ich bin gespannt. Ich such dir mal was. Dann, nochmal vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns dann alle nächste Woche wieder. Nein, hören wir uns ja nicht. Ihr hört den Matthias nächste Woche wieder. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder uns. Oder irgendwas. Irgendwas. Irgendwas wird kommen. Tschüss. Und die Sonja singt irgendwas. Sonja. Nein. Ha, ho, he. Herterbeet. Nee, alles gut. Tschüss. Ade. Tschüss. 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 Tschüss.